Kompetenztraining bei Heuer Consult. Rhetorik. Körpersprache. Kommunikation. Präsentation. Konfliktmanagement. Verkaufstraining. Erfolg ist der Sieg der Einfälle über die Zufälle. Genau das bewirkt Michael Heuer als Trainer und Coach mit seinem Kompetenztraining. Er hat eine Professur an der Hochschule Furtwangen University, organisiert Medienkongresse und Festivals, schreibt Bücher zu Fachthemen und hilft als Trainer für Kommunikation und Präsentation anderen Menschen immer, eine Idee besser zu werden. Ob Workshops, Seminare und Diskurse, Projekte, kleine oder große Gruppen, Michael Heuer, Inhaber und Cheftrainer der von ihm gegründeten Firma Heuer Consult in Villingen-Schwenningen, hat jede Menge Erfahrung und ein Gespür für die Situation. Erfolg heißt, der zu werden, der du sein kannst. Es ist eine uralte Weisheit. Man bekommt keine zweite Chance, um einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Zu unserer Philosophie gehört es, Sie auf dem Weg der Kompetenzsteigerung zu begleiten. Im Fokus unserer Seminare und Workshops stehen die Themenbereiche Kommunikation, Präsentation, Vertrieb und Verkauf, Rhetorik und Körpersprache. Diese Kernkompetenzen im heutigen Business-Alltag sind wichtig. Wichtiger denn je. Egal ob im Team, in einer Abteilung oder in der gesamten Firma, Kommunikationsprozesse führen garantiert zum Erfolg. Denn eines ist sicher, der Themenbereich Kommunikation ist es wert, dass man darüber redet. Überzeugen Sie zur richtigen Zeit mit den richtigen Worten. Es zählt nicht nur das, was man sagt, sondern auch wie man es sagt. Michael Heuer ist ausgewiesener Experte für Rhetorik und Körpersprache. Nutzen Sie seine langjährige Erfahrung als Trainer, Coach und Speaker. Als Verkaufstrainer greift Michael Heuer auf ein großes Erfahrungspotenzial zurück und spricht alle Charaktere gleichermaßen an. Er informiert und motiviert seine Zuhörer in höchstem Maße. Egal ob die Devise ganz einfach verkaufen oder verkaufen heißt verkaufen lautet. Der eloquente Trainer hält auf alle Fragen Antworten bereit. Unverkennbar, nachhaltig und konsequent. Unterschwellige Konflikte vermiesen die Arbeitsatmosphäre. Das Konfliktmanagement hilft Ihnen dabei. Und eines ist sicher. Eine gute Menschenkenntnis erleichtert den Umgang mit Geschäftspartnern, Kunden, Interessenten und Mitarbeitern. In den Projektmanagement-Seminaren von Heuer Consult bekommen die Teilnehmer einen Einblick, was ein Projekt ist, warum es scheitern kann und wie man genau dies mit der richtigen Strategie verhindert. Projekte erfolgreich managen kann erlernt werden. In hochqualifizierten Schulungen können die Teilnehmer gezielt Wissen tanken. Michael Heuer setzt seine profunden Kenntnisse ein, um ihnen Lösungen aufzuzeigen. Neben seiner Arbeit als Trainer und Coach ist er auf vielfältige Weise in der Medienbranche tätig. Erwin Teufel, ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, bezeichnet Michael Heuer als den Medienmotor der Region Schwarzwald-Bahr-Heuberg. Durch sein Engagement bietet er den Rezipienten eine anziehende Plattform spannender und intellektueller Vorträge. Prof. Michael Heuer ist der routinierte Veranstalter und Speaker. Die meist ausverkaufte Halle ist Beweis dafür, genau zu verstehen, was das Publikum interessiert. Wir unterstützen, beraten und begleiten Sie auf dem Weg des Kompetenztrainings. Und wer aufhört, in Weiterbildung zu investieren, um Geld zu sparen, der kann auch die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Erfolg ist planbar. Sie wollen ein Seminar belegen, einen Moderator buchen, einen Coach in Anspruch nehmen? Dann sind Sie hier genau richtig.